== Schön, dass du Christian auch endlich kennengelernt hast. == Ja. == Und was für ein Zufall, nicht? == Ja, ich wollte ihn dir schon lange vorstellen, aber... == Bei dem ganzen Stress... == Ja, klar. Die Ausbildung und dieser Fotogramm ist ja auch ziemlich kompliziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 == So, straight to your heart == Was erzählst du Christian eigentlich für ein Schrott über mich? Du hast doch angefangen, haust mich voll in die Pfanne! Dafür hast du ihn jetzt vertrieben! Ach, jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Wer wollte ihn ganz für sich haben und lügt dafür sogar Freunde an? Ich habe nicht gelogen. Ich habe vielleicht ein bisschen was verschwiegen. Dass er hier arbeitet. Jetzt sind wir ihn beide los. Toll! Er ist gar nicht weg. Mit wem redet er da überhaupt? Keine Ahnung. Können wir das nicht später klären? Das ist gerade äußerst unnützig. Im Telefon wäre es mir auch lieber gewesen. Aber wenn du nicht rangehst... Mein Akku war leer. Du hast erreichbar zu sein. Ich weiß, es kommt nicht wieder vor. Schön. Du hast den Brief also bekommen? Gut. Halte dich bitte Wort für Wort daran. Nimm es nicht auf die leichte Schalte. Keine Sorge. Liegt sonst so was an? So, heute nicht. Also dann? Die schon wieder. Wie, du kennst die? Naja, nicht wirklich, nur vom Sehen... Ey, Gregor! Was denn? Wer ist denn die Frau bei deinem Bruder? Keine Ahnung. Naja, aber seine große Liebe scheint es ja nicht zu sein. Sollen wir noch einen gucken? Ich würde sagen, ein Adventsfilm am Tag reicht. Das ist mir sonst zu viel Zuckerguss. Aber so muss das sein. Genau wie bei Weihnachtsplätzchen. Die sind übrigens sehr lecker. Anfängerglück. Ja, und worauf hast du sonst Lust? Also, ich treffe mich heute Abend mit ein paar Kumpels im Club. Oh, dann muss ich aber vorher noch mal nach Hause mir was anderes anziehen. Ich sehe die erst ziemlich spät und deine Mutter findet das bestimmt nicht toll, wenn du da mitkommst. Die überrede ich schon. Ach Lisa, lass das mal lieber. Das gibt nur wieder Stress. Ich fahr' dich gleich nach Hause, ja? Und was machst du morgen? Da hab' ich noch nichts vor. Dann komm doch mit Bowen. Ich bin morgen mit ein paar Freundinnen aus meiner Klasse verabredet. Stör' ich denn nicht? Im Gegenteil. Dann lernst du die endlich mal alle kennen. Und die dich. Könnt ihr alle bohlen? Andi war früher voll der Meister. Echt? Ja... Ja, dann musst du auf jeden Fall mitkommen. Katja ist doch auch schon ganz gespannt auf dich. Ein rodelsüßer 16-Jähriger, das ist doch ein Traum! Absolut! Also was ist jetzt? Ich bin dabei. Na, habt ihr sein Geheimnis gelüftet? Noch nicht, aber wir arbeiten dran. Also, wer war die Frau eben? Eine flüchtige Bekanntin. Ach, dafür trefft ihr euch aber ziemlich oft. Zufall. Zusammen übrigens. Äh, 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 äh. Freikaufen gilt. Fünfzehn, bitte. Dankeschön. Danke. Oh, ist das deine? Gib her. Ist der von der Lady for Helly? Ihr seid aber ganz schön neugierig. Es wird ja auch immer mysteriöser. Ja, ich finde es auch spannend langsam. Ich glaube, da hinten wollen welche bezahlen. So, so. Mit uns hast du Pech, wir geben nicht so leicht auf. Können wir jetzt nicht mal bitte das Thema wechseln? Pass auf, wir raten. Du sagst ja oder nein, okay? Wenn ihr meint. Deine Zahnärztin ist sie also nicht, so viel wissen wir schon. Vielleicht deine Ex-Freundin? Wen will man denn sonst nicht so gern sehen? Wer sagt das? Das sieht man. Hast du Schulden bei ihr? Nein. Hast du ihr Auto zu Schrott gefahren? Auch nicht. Vielleicht hast du ja sonst was ausgefressen. Ja, genau. Sie ist eine Bewährungshelferin. Hahaha. Ihn Flagranti erwischt, das ist so erbärmlich. Es ist jetzt nicht mehr zu ändern. Nicht, nein. Bitte jetzt nicht. Du zweifelst an deiner Entscheidung? Nein. Aber ich fühle mich so schuldig. Wieso habe ich so lange gezögert? Du musstest Mut sammeln, Elisabeth. Ja. Ich war feige. Oh je. Und dann auch noch diese Lüge mit dieser Geschäftsreise. Wahrscheinlich denkt er, wir waren die ganzen letzten Tage hier zusammen. Vermutlich. All die Jahre. Und das ist jetzt das Ende. Was tue ich ihm an? Das hat er nicht verdient. Heißt das? Nein, ich kann doch nichts sagen. Aber ich habe irgendwie schon so ein schwangeres Gefühl. Dann ist es bestimmt auch so. Machen wir uns erst mal lieber nicht so viele Hoffnung, ja? In ein, zwei Wochen wissen wir mehr. Trotzdem, du schonst dich jetzt erst mal und machst dir einen schönen Abend. Ja, du auch. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ach, Papa! Warum sitzt denn du im Dunkeln? Alles in Ordnung? Wirklich? Alles bestens. Ich bin dann oben, ja? Wie kommt man denn an so eine Hütte? Gute Freunde und Glück. Davon kann man nie genug haben. Ja, aber ein Heizstrahler wäre auch nicht schlecht. Koko! Hey, du Rabenmutter. Ich glaube, dein Hund hat Hunger. Der sitzt mir schon fast auf dem Schoß. Keine Angst, Pepper isst kein Gammelfleisch. Mach ihm eine Dose auf. Ich mach dir gleich was auf. Du kümmerst dich jetzt um deinen Köter. Ich fass doch das Zeug nicht an. Ach... Ich bin gleich wieder da. Ja, lass dir ruhig Zeit drin. Es ist ja sowieso wärmer. Wollen wir uns nicht setzen? Was hat dich denn nach Düsseldorf verschlagen? Ach... dies und das. Aber mit der Frau von vorhin hat es nichts zu tun. Jetzt hör doch mal bitte mit der auf. Schau dir lieber mal die Venus an. Der ganz helle Stern neben den Zwillingen. Ah, die erkenne ich sofort. Ist das dein Sternzeichen? Nein, aber ich habe doch eine Zwillingsschwester. Ach, Jana, oder? Die wirkt ja ziemlich nett. Ja, ist sie auch. Und das da, das ist ein Sternzeichen, das sieht aus wie ein längliches Viereck. Äh, wo? Das da mit den zwei helleren? Genau. Cool. Bist du mal zur See gefahren? Ähm... vielleicht. Ja, was denn jetzt? Du fragst mich schon wieder aus. Naja, wenn du aus allem ein Geheimnis machst. Stört dich das? Nein. Hey, wollen wir gleich noch runter in den Club? Was meinst du? Warum nicht? Hm. Hm. Sind schon alle im Bett? Vielleicht ich ja doch noch mitgehen kann. Ich glaube, das ist schon besser so. Ziehst du morgen deine schwarze Lederjacke an? Ach, deine Mädels stehen wohl auf sowas. Vielleicht. Okay, ist gebongen. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Mhm. Bleib noch ein Langer, am liebsten die ganze Nacht. Also, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Au. Ja. Du bist ja doch da. Gute Nacht. Nacht. Siehst du, es war doch besser so, dass ich dich brav nach Haus gebracht habe. Allerdings. Halb zehn. Früher ist abgemacht. Offenbar kann man sich doch auf euch verlassen. Genau. Wenn ich etwas sage, dann halte ich es auch. Also bis morgen. Ciao. Er ist vernünftiger als ich dachte. Siehst du? Jetzt verkrieche ich mich hier. Sollte ich mich lieber gleich mit Arno reden? Ihr solltet euch erst einmal geruhigen. Also in dieses Hotel setze ich nie wieder einen Fuß. Ich freue mich, wie er überhaupt dorthin gekommen ist. Wahrscheinlich hat er mich gesucht. Er hatte vielleicht schon einen Verdacht. Ja, wahrscheinlich Jetzt bin ich also wieder hier gelandet. Das ist schon ein komisches Gefühl. Damals ging es mir allerdings viel schlechter. Ich war so hin- und hergerissen. Jetzt weiß ich wenigstens, wohin ich gehöre. Wenn ich meinem Mann noch nicht so wehtun müsste. Ich muss mit ihm sprechen. Gleich morgen. Ja, morgen. Sollen wir tanzen? Klar. Was finden die Weiber bloß an dem... Was? Was die Weiber an dem Typen da finden. Sag mal, hast du keine Brille auf? So toll sieht er ja wohl auch nicht aus. Hast du wohl Angst vor Konkurrenz, was? Quatsch. Hab ich das nötig? Solange Lisa nicht auf ihn steht. Das würde ich Ihnen nicht raten. Anscheinend doch. Hä? Was meinst du? Naja, es sieht jetzt fast so aus, als wäre Monogamie für dich gleich Monotonie. Oder warum baggerst du schon wieder an der Nächsten rum? Ey, ich... ich hab doch nichts mit ihr. Ich will nur einen netten Abend haben. Und nach dem siebten Bier... Nein, ehrlich nicht. Sag mal, was hättest du eigentlich gemacht, wenn Lisa mitgekommen wäre? Wär doch ziemlich doof gewesen, oder? Jana, bist du jetzt hier die Beziehungspolizei, oder was? Hey! Lisa ist die Tochter von meiner Cousine Susanne und bei Familie verstehe ich keinen Spaß. Und jetzt hörst du mir mal zu. Zwischen Lisa und mir ist alles klar. Das ist total locker. Und ich brauche halt ein bisschen Freiheit. Sowas Enges ist nicht mein Ding. Hey, das musst du nicht mir sagen, das musst du ihr sagen. Falls du dich erinnerst, habe ich deinen Freiheitsdrang live miterlebt. Naja, jeder Kerl ist anders. Was sagt denn Lisa dazu? Sie ist da nicht so kleinlich. Schließlich bin ich ja auch älter. Das ist ein super Argument. Finde ich auch. Cheers! Bist doch auf, du Schönling! Tut mir leid, okay? Kann ich bitte zahlen? Äh... Du, ähm, willst du schon gehen? Ich bin echt total kaputt. Fährt eigentlich nur irgendeinen Bus? Oh, wohl kaum. Das ist doch ein ganz schön langer Fußweg. Ja, willst du nicht lieber bei uns übernachten? Stimmt. Wir haben ein superbequemes Sofa. Und eure... Mitbewohner... haben nichts dagegen? Ach, Quatsch! Quatsch! Stimmt nicht. Klar, dann super gerne. Danke. Christian? Na, gratuliere. Deshalb wolltest du gestern also länger aufbleiben. Ach, wovon redest du? Hier, für Christian. Nur, da soll ich dir die direkt auf dein Zimmer bringen. Er hat nicht bei mir geschlafen. Hat er nicht? Nein, du kannst beruhigt sein. Keine Ahnung, vielleicht musste er ja früh weg. Davon hat er gar nichts gesagt. Er redet ja eh nicht wirklich viel über sich. Morgen! Der ist schon wieder. Na, vielen Dank auch! Wieso zieht's denn hier so? Könnt ihr nicht später lüften? Na, das ist aber wirklich nicht sehr nett von euch. Was? Wieso habt ihr den armen Kerl nicht einfach das Sofa angeboten? Du hast heute nur drei Stunden Schule? Das ist eine Frechheit, ist das! Wie, du hast um elf Schluss. Dann kann ich dich aber nicht mitnehmen. Ist auch nicht nötig, ich geh nach der Schule noch bauen. Na dann, hast du genug Geld? Ja! Wie lange arbeitest du heute? Ich bräuchte dringend ein Taxi. Und du hast normal Schluss? Kein Problem. Hey, Moment mal, ist für Arno. Das kann er haben. Willst du nichts essen? Was ist denn los? Was soll denn sein? Ich vermisse Elisabeth auch so langsam. Ach, die ist doch nur noch ein paar Tage weg. Komm! Eben, bald hast du sie wieder. Hey, haben wir noch irgendeine Kopfschmerztabletten? Keine Ahnung. Ah, hier. Meinst du, damit bist du in zwei Stunden wieder fit? Was ist denn zwei Stunden? Hallo? Ach stimmt, Lisa. Das blöde Polen. Ja, ja, nee, ich geh da nicht hin. Das kannst du nicht machen, sie freut sich so darauf. Ja, dann geh du da so hin. Ach, du hast es ihr versprochen. Ey, ich bin krank, siehst du das nicht? Ja, aber... Hat man hier noch nicht mal im Klo... Seine Ruhe. Ich bin schon weg. Gute Besserung. Ja. Wir sehen uns jetzt fast jeden Tag. Und manchmal auch lasst du. Scheint ja voll in dich verknallt zu sein. Na, sprecht ihr von Klaus Hamacher? Wie kommst du denn darauf? Na, weiß doch jeder, dass er auf dich steht. Und du bist echt mit Pickelface zusammen? Ach, bist du fies. Er kann doch nichts dafür. Also stimmt das? Quatsch, der ist mir viel zu jung. Dieses neue Freund ist nämlich schon 23. Echt? Die Jungs an unserer Schule sind einfach zu unreif. Andi spielt ja in einer ganz anderen Liga. Andi heißt der? Und wie hast du den kennengelernt? Wundt mit Freunden von mir in einer WG zusammen. Ziemlich lässig. Eine WG, aha. Und was macht er so, wenn er schon mit der Schule fertig ist? Alles mögliche. Schlägt sich mit verschiedenen Jobs durch. Ansonsten fährt er Motorrad. Aber im Moment verbringt er die meiste Zeit mit mir. Naja, ihr werdet ihn ja gleich kennenlernen. Er kommt auch noch. Also ich hätte nicht viel Geld da draußen übernachtet. Bei der Kälte? Das macht mir echt nichts aus. Ich mag Frischluft. Ach, und dann kellnerst du in der Kneipe? Man muss ja von irgendwas leben. Ja, auf wem sagst du das? Wann hast du deine nächste Schicht? Heute Abend. Cool, dann hast du ja noch Zeit. Ich habe auch noch nichts Besonderes vor. Und du? Wie sieht es bei dir aus? Das weißt du ganz genau. Ah, stimmt. Ähm, musst du nicht langsam los? Ach, shit. Ähm, wir müssen übrigens in die gleiche Richtung. Dann gehen wir zusammen. Äh, aber dann kann ich dir die CD nicht mehr brennen. Dann bringst du sie eben heute Abend mit in zu Limits. Äh, du musst schon dabei sein. Ich weiß ja nicht mehr, welche Stücke du haben wolltest. Tja, dann... Ja, die nächsten Tage habe ich keine Zeit. Muss ich wohl noch bleiben. Mach das. Viel Spaß. Bis bald. Schnell sofort die Kiste. Ach, was kann ich dafür, wenn du zu viel feierst? Wir können ja vielleicht auch in dein Zimmer gehen. Ich muss eh noch mal eben ins Bad. Ach so. Wenn er das sagt, dann geht das sofort, oder wie? Ja, er hat halt Charme. Aber dafür hat er bald keine Jacke mehr. Barbara, aus! Arnaud? 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 Arnaud, bitte. Ich weiß, wie sehr ich dich verletzt habe. Lass mich dir doch erklären. Ich... Arno, ich wollte nicht, dass du das so erfährst! Das wollte ich nicht. So, wir fangen jetzt schon mal an. Andi ist noch nicht da. Das ist mir jetzt auch egal. Ich meine, wir warten hier seit fast einer Stunde. Er kommt sicher gleich. Willst du ihn nicht noch mal anrufen? Sein Handy ist ausgeschaltet. Tja, ich würde sagen, da hat dich wohl jemand versetzt. Gar nicht wahr? Ja, ist wohl doch nicht so verknallt in dich, wie du behauptest. Hey, hör auf! Wieso? Wo sie doch so angegeben hat? Wo ist er denn nun? Dein cooler Andi. Weißt du, was ich langsam glaube? Du hast ihn dir nur ausgedacht, um dich wichtig zu machen. Ist ganz schön arm, sowas. So, von mir aus können wir loslegen. Sollen wir in dein Zimmer? Ja, aber nimm deine Jacke mit, sonst macht sich Pepper wieder drüber her. Hat er das gerade? Ist nichts passiert. Nur das hier ist rausgeflogen. Oh, der ist wichtig, danke. Das kann ich mir vorstellen. Du hast ihn gelesen? Nein, ich habe nur den Absender gelesen. Ich kenne diese Art Briefe. Ein Ex von mir hat auch immer solche bekommen. Weißt du warum? Nein. Er hat eine Zeit lang im Knast gesessen und ist auf Bewährung rausgekommen. Genau wie du stimmst. Arno, bitte sprich mit mir. Willst du denn nicht wissen, wie alles passiert ist? Elisabeth! Wie war es in Hannover? Boah, hattest du so viel Gepäck mit? Ich dachte, das war eine Geschäftsreise. Was ist denn los? Warum guckt ihr so? Paul, hilf Elisabeth, die Koffer tragen Sie sich aus. Was? Sie verlässt mich. Sie geht zu Johann... Sie geht zu Graf Lahnstein. 2 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 Untertitelung des ZDF, 2020